Musik Und wir haben tatsächlich fünf Namen, die ich sagen kann. Musik Wir haben einen Second Runner Up heute Abend. Unserer, der Name der Second Runner Up Finalistin heißt Sieglinde Lampe. Musik Musik Wenn es einen Second Runner Up gibt, dann gibt es ja oft auch einen First Runner Up. Musik Und unser First Runner Up heißt... ...Ivona Bagarik! Musik 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 Wir kören heute Abend nicht nur... ...die Miss From Germany 2022. Wir küren auch... ...die Miss Ultra National... ...Ultra National Germany 2022. Miss Ultra National Germany wird zum Contest fahren nach Brasil. Und der Name von Miss Ultra National Germany 2022 lautet... ...Jennifer Monreal! Musik ... Kick Awards, President Texas. ...Yannides für 22 Städte. ...G mengenze Tom-In, für 17 Städte. heute Abend. Denn unsere Zweitplatzierte ist nicht nur die Zweitplatzierte, nein, sie ist Miss Planet Germany 2022. Und Miss Planet Germany fährt nach Uganda zum Finale. Ihr Name ist Stefanie Oben Eber. Und damit ist natürlich eins klar, die Gewinnerin der Miss from Germany Wahl 2022 heißt Kim Kelly Braun. Kim Kelly Braun wird Deutschland vertreten bei beim nächsten großen internationalen Wettbewerb, der Miss Grant International. Und du wirst mit 79 Kandidatinnen konkurrieren müssen. Dazu wünschen wir dir auf jeden Fall alles erdenklich Gute. Ja, was soll ich noch sagen? Herzlichen Dank, dass ihr heute bei uns wart. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Danke, dass ihr hier in Strootmanns Fabrik in Amstetten so wahnsinnig gut drauf wart. Danke an die Jury. Danke an euch alle Mädels. Ihr wart fantastisch. Und vergisst nicht uns zu liken, unseren Kanal zu abonnieren und uns im Internet zu folgen für weitere Competitions und natürlich den Lebensweg und die Karriere von unseren heutigen Finalistinnen und Gewinnerinnen weiter zu verfolgen. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Seien Sie bald wieder bei uns. Schreiben Sie uns Kommentare, abonnieren Sie uns und bleiben Sie uns treu. Bis bald, einen schönen Abend und auf Wiedersehen.